Schicki-Micki-Bling-Bling und der Jolde-Ring-Ring, ja, das ist den Ding-Ding, Schicki-Micki-Bling-Bling. Kaviar und Shampoos-Flech, jede darin neue Täsch, ja, das ist den Ding-Ding, Schicki-Micki-Bling. Das Huhn begab sich nach langer Reise aus Rheinsieg in die Landeshauptstadt Düsseldorf. Anfangs nahm das Huhnacker Godehardt noch an Gruppenstunden teil. Trank aber abends noch seinen Kölsch in der Kneipe. Doch mit der Zeit lernte es die Düsseldorfer Geflogenheiten kennen. Wo Altbier und Köl zum guten Ton gehören. Schließlich hob Godehardt ab. Schafft ihr es, Godehardt auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen? Das werden wir am 23. Juni 2018 auf der Ballonwiese in Düsseldorf sehen. Werde. Vielen Dank.